Dieses Video heißt komisch, weil hier eine Melone ist. Okay, oh Leute schaut mal hier ist eine Villager Gruppe. Ich töte sie jetzt mit meinem Kollenschwert. Haha schaut mal Leute das ist ein Villager Kind. Oh Leute schaut mal hier ist ein Knopf. Ich drück ihn mal. Ich zeige euch wie man in Minecraft fliegt. Moment Leute, habt ihr das gesehen? Immer noch nicht gesehen. Also schaut mal richtig hin oder seid ihr blind? Oder soll ich noch sauer werden? Schaut mal Leute hier bin ich. Sehe ja einfach so toll aus.